so hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play kknd 2 obwohl das level eigentlich relativ prädestiniert ist für luftschlag ich mich dazu entschieden das nicht zu tun sondern stattdessen erst mal mit kombi gratis hier einzufallen wobei es mir relativ wurscht ist ob er die transportflugzeuge zerstört oder nicht das spiel ich denke ich keine rolle so schnell an 3 was für mich ist interessanter dass er drauf geht und nicht ob ich die transportflugzeuge behalte so die beiden holen uns als nächstes wenn ich so viel opfern und die beiden werden schwer und natürlich schön am eingang stehen wir werden uns erst mal genau 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 wir basteln uns erst mal ein bisschen Artillerie große Artillerie mit Selbstreporto gibt es ja nicht gar nix wir bauen uns erst mal drei Artillerien zufällig mal im lager lang geschaut hier seht ihr übrigens mein berg wie versprochen der bringt also ihr könnt da einfach mal was abstellen es zumindest ärgert es ihn wenn er also freude daran ob ihn zu ärgern hier stehen Flax rum ich glaube es ja nicht einfach so zu sprengen das ist sehr schön der Moment an den ich mich in dem Spiel bis jetzt erinnern kann machen los oder sagen wir in dem Level einfach Flax sprengen jetzt kommen wir auch das Ding wieder retten und unten und unten wir könnten hier fast in seinem Lager landen also da wäre nicht mal wir haben dann riesenlande Fläche ok also ihr seht ja ich baue jetzt hier gerade die Dinger die große Artillerien und dann werden wir mal sehen ob die auch nach oben schießen wie die menschlichen achso und eine Reparatur einhält werde ich mal bauen ich nehme mal die rein da ist auch nicht mehr viel drin ok schießt du noch um ja geil genau das war's was ich wissen wollte genau das war's was ich wissen wollte woops schießt du slowly die die hat sich irgendwie gerade aufgeteilt egal ähm gut aber die die will ich hier auf jeden Fall nicht so rum bestehen wenn es sein muss wir müssen Reparatur mit selbst Reparatur Panzerung und Tarnklappe ne einmal so jetzt kommt hier auch noch eine Reparatur viel an hier ran den fasse ich nicht da ne ach ne ach da ne ach ne da da ach ich bin ja dumm so so willst du jetzt nochmal versuchen mit dem Reparatur Vieh dann schicke ich nämlich auch was da für die Reparatur entgegen entgegen ne 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 reparierst bitte das Teil du steifst sie ein mal sch ne 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 so ein letztes gehen nicht mehr lange also die dinger gefallen mir immer besser diese art das ding mal nach hier die brauchen die bis zur distanz ja okay macht sind das kein sinn noch ist die dinger hier im lager stehen zu haben wenn es sein muss dann stellen wir es mal lieber hier her oh weißt du was schicken wir mal hier rein wenn es sein muss dann machen wir mit dem kamikaze traum weiter kann ich die strategie doch noch fortführen hehehe maximal aufgerüstet alles naja es lohnt sich doch so stelle so stelle so stelle so stelle wenn es sein muss wenn es sein muss hä na wann los springen wir das ding erstmal meineswes feste truppen nehm 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 nichts mehr anfangen laden wir die also laden wir die also na gut ich könnte eigentlich den legatronen machen machen wir obwohl ich denke dass der hier bald angreifen wird ist da was ich flieg sie mal weg hier wir stellen mal auf unendlich mehr türe wird es ja nicht schaffen jetzt sich mal schnell wieder aufzubauen und anfangen hier mit äh fliegeinheiten anzugreifen ok zur verteidigung von den fischern jup ihr seid nummer eins zur stelle das klappt ja wie am schnürchen er versucht es nicht mal sich zu wehren was meinst du mich wie du bist ok 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 du da war du da war du da war aber ist da was wir haben jetzt hier eigentlich gar keine verteidigung mehr wir können jetzt da eigentlich ja das machen wir zur stelle warum denn eigentlich nicht sage ich jetzt mal zur stelle meinetwegen wie du willst na dann los perfekt eigentlich die holen wir erstmal zurück oder wir fliegen das mal hinterher kann erstmal nichts mit denen passieren jetzt holen wir den ganze schwafel hier rein meinetwegen meinetwegen wenn es sein muss wenn es sein muss soo na besser geht es doch nicht wir bringen mal hier vier rein ich versuche nicht mal sich zu wehren fast langweilig meinetwegen hä na dann los hä na dann los schlage zu zur stelle meinetwegen zur stelle wie du willst äh immer feste los zur stelle wie hä was an waaas waaas an waaas zur stelle halla wie zur stelle meineswegen da soll meiner sagen die er wärt sich noch ja also mir sieht's so aus als hätte er sich schon aufgegeben Das ist doch die nur beste Vögel. So. Märtyrer brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, mein Häuptling? Nein, dann los. Bin schon weg. Aber die, die wir haben, die nehmen wir auch. Für was eigentlich? Weiß noch nicht. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Na dann los. Na dann los. Andere. Ist was? Bin schon weg. Will du willst. Na dann los. So. Jetzt holen wir die wieder. Genau. Schießt mal auf das Ding. Eigentlich will ich den da loswerden. Bin schon weg. Bin schon weg. Der klappt. Auch wenn er noch nicht so wie ich wollte. Bin schon weg. Aber gerne. Oder wie es mir freust du. Nein, dann los. Bin schon weg. Auch das war etwas anders. Aber ich will den kleinen Kram hier loswerden. Wie du willst. Nein, dann los. Aber gerne. Nein. Nein, dann los. Na dann los. So, Fullspeed. So, die brauchen wir nur noch hinstellen und der Rest erledigt sich von selbst. Und hier können wir auch, denke ich mal, gut einmarschieren. Ui, er bewegt sich ja tatsächlich. Ist ja schon ne Leistung. Hohohoho. Ist was, wie du willst. Feuer. Ah, der verzieht sich schon wieder. Oh, los Jungs. Ui, ui, ui. Quatsch. Können die schießen beim Fahren? Ne. Ich kann auch noch sterben beim Fahren. Das war ganz doll. Was? Andrei? Meinst du mich? Hahaha. Meinst du mich? Meinst du mich? Wer du bist? Was? Puh. Ist ja doof. Oh, noch alles verloren. Ja, mein Häuptling. Wie du willst. Aber gerne. Bin schon weg. So, wer will ihn jetzt haben? Kriegt er nicht. Wann ist das Ding eigentlich aus? Ich muss mal nachgucken. Irgendwie habe ich mich gerade gesehen, das war gelb oben. So, zum Aufkommen ein paar Laserschützen und das war's. Perfekt. 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 Woo. Jetzt wirkt er wahrscheinlich nicht, warum ich die Mission nicht so gefeiert habe bei den ersten Mal im Spielen. So, ich hoffe ihr macht wieder mit beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Nobby.